Neue Idee! Heute haben wir einfach mal Fortnite in Roblox gespielt! Und ja, Leute, wir hatten diesmal ziemlich krasse Gegner am Start. Also es war echt nicht so einfach, hier gegen die Lamy-Army anzutreten. Also, Freunde, es war super spannend, denn ich wollte unbedingt den ersten Platz haben. Aber habe ich es auch geschafft, Fortnite in Roblox zu gewinnen? Ähm, keine Ahnung. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit kann das abteuern beginnt, Sui! Lebe ich noch? Okay, Leute, ich nehme noch. Wir spielen einfach Fortnite in Roblox! Oh, die Gegner sind hier schon gelandet. Ey, nimm das! Okay, Leute, wir sind natürlich Fortnite-Profis und Roblox-Profis. Also, Fortnite in Roblox sollte absolut gar kein Problem sein für uns. Seht ihr, Leute, ein Kill nach dem anderen hier. So, da ist der Nächste. Ey, beweg dich mal! Wir haben hier eine Kiste, Leute. Wir öffnen mal den Loot-Drop und... Oha, Bowbox! Aha, so, dann nehme ich mal das Bündchen nach vorne. Boah, so, komm schon! Noch ein bisschen! Nein! Oho, oho, Eileen! Eileen! Eileen, komm schon! Oho, ey, ey, zwei gegen ein Soundbär! Na ja, Leute, den werde ich jetzt doch zeigen. Und, hä, was geht denn da oben ab? Hä, die tanzen einfach zu Balani-Songs, oder was? Oha! Und was ist das hier? Spenden? 5.000 Robux spenden? Ja, ist klar. Und wer spendet mir die Robux? Nee, 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 ich muss hier erstmal ein paar Gegner besiegen. Hä, wo ist meine Waffe? Ich hab keine Waffe! Meine Waffe ist weg! Gib mir die Waffe! Nein! Ey, wo ist meine Waffe hin? Hä, das ist ja mal voll unfair. Hä, ein Fallschirm, okay. Aha, hier ist unsere Waffe. Okay, Leute, da haben wir die wieder. Dann springen wir einmal nach unten und... Oh, ey, nein, ich bin hier schon fast tot. Egal, Leute, ich von hier oben schieße hier alle ab. Komm schon! Okay, einen haben wir. Komm schon! Yeah! Ja, und da ist noch eine. Nein! Okay, Leute, ihr seht, wir haben oben 55.000 Dollar. Mal schauen, wie viel können wir heute bekommen durch das Killen von Roblox-Spielern. So, Leute, ich lande hier erstmal und... Und wie die alle nur auf mich zielen, kann das sein? So, da hinten ist jemand. Ey, ey, nee, dich wollte ich doch gar nicht abschießen. Mann, Eileen! Jetzt klaut die mir noch den Kill, oder was? Eileen, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, äh? Ey, der hat meinen Kill geklaut! Nee, nimm das! Oh, 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 ey, Leute, ich bin so schlecht, ne? Ich hab gerade mal vier Kills und der erste Platz hat schon neun Kills. Leute, ich kaufe mir jetzt einfach mal hier irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. 900 Robux! Nee, Leute, das ist mir ein bisschen zu viel. Kaufen wir einfach mal das hier für 300 Robux. So, das sollte fit gehen. Epischer Kubus. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber Leute, wir kaufen es. Und was bekommen wir? 30.000 Geld? Ey, ich wollte eine Waffe haben. Naja, Leute, jetzt haben wir 85.000 Dollar. Das heißt, wir können uns hier irgendwas Neues kaufen. Oh, wir brauchen noch 5.000 Dollar und dann können wir eine coole Waffe kaufen. Also, Leute, zack, wir haben den ersten Kill. Oh, Kill bekommt man also 1.000 Dollar. Das heißt, ich brauche noch vier Kills, Leute, komm schon! Eww! So, und falsch im Öffnen. Perfekt, ich hab die Hälfte von meinem Leben einfach mal verloren. Aber egal, den haben wir. So, Aileen schon wieder, die will schon wieder Stress, ey, die zielt nur auf mich. Aileen, nimm das! Oh, 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 Aileen? Na, hör mal, Aileen, so kenn ich dich gar nicht. So, zack, falsch im Öffnen. Diesmal ein bisschen früher als zu spät. Okay, wer will Stress? Leute, ich weiß, in Fortnite kann man eigentlich bauen hier. Aber ich weiß nicht, wie wir hier bauen können. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. So, Leute, wir schießen einfach hier drauf auf die ganzen Leute. Äh, kommt alle her! Ich brauche noch... Oh, ich brauche noch zwei Kills, Leute! Oh, die schnappe ich mir jetzt auch. So, ey, ey, die haut einfach ab, Mann. So, hier haben wir die kleine... Ey, kleine Maus, komm her! Ey, ja, wir haben ihn! Okay, okay, Leute, wir bauen nur noch einen Kill. So, den hier, perfekt. Und jetzt haben wir 90.000 Dollar. Höh, der baut einfach! Hä, Leute, wie baut man? Ich will auch bauen. Hallo, bauen? Wie macht er das? Hallo, wie baust du? Sag mir das mal bitte! Wie baue ich hier? Oh, komm her! Jawohl! Ähm, Leute... Ah, aha! Oh, Leute, so baut man! Oh, mein Gott, jetzt kommt der Baumeister Profi raus hier. So, wir bauen uns nach oben, perfekt. Und von hier oben kann ich alle abschließen. Hat er ein Auto? Der Typ hat einfach ein Auto. Ich will auch ein Auto haben. Warte mal, Auto... Auto? Hä? Wir können uns einfach ein Auto spawnen. Moment mal. Ah, da ist unser Auto. Ey, Auto, ich komme. Oh, Gott, oh Gott. So sweet. Oh, was habe ich für ein Auto? Oha, Lamborghini, oder was? Perfekt. Steigen wir mal ein hier und überfahren den einen oder anderen Spieler. Wo seid ihr? Oh, okay. Können wir den Leuten auch Schaden damit machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Moment mal, wir probieren es einfach mal aus. Äh, ist hier geblieben. Oh, da habe ich meinen Oli überfahren. Oh, hallo? Hey, aus dem Weg. Ich will dich überfahren. Ey, Leute, ich glaube, das funktioniert nicht. Ey, was steigt da einfach ein in mein Auto? Ey, lass mein Auto in Ruhe. Okay, Leute, wir überholen auch gleich den ersten Platz. Wir haben elf Kills. Oh, Eileen ist schon wieder hier. Ey, ich muss sagen, Eileen ist sehr stark. Die ist gerade auf dem dritten Platz und holt mich. Aber, Leute, jetzt können wir auf jeden Fall eine neue Waffe kaufen. Für 90.000 Dollar. Let's go. Hä? Warum bin ich jetzt ein Noob? Ey, ich habe einfach einen Noob-Skin. Egal, Leute, auch mit dem Noob-Skin mache ich hier alle fertig. Let's go. Okay, die hört sich auf jeden Fall ganz anders an, die Waffe. Oh, das ist so laut. Geh, nimm das. Oh, mein Gott. Okay, erster Kill. Oh, zweiter Kill. Und wir sind auch tot. Der hat einfach mal hier oben ein Auto gespawned. Ey, warte auf mich. Okay, Leute, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir haben eine neue Waffe. Wir können hier bauen. Wir haben hier Loot-Drops. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der mich die ganze Zeit verfolgt. Oh, nimm das. Oh, mein Gott. Ey, alle gehen hier auf mich. Das ist so unfair. Okay, der erste ist down. Oh, von hinten noch jemand. Ey, du da. Ey, du lila. Eine Katze. Komm her. Oh, jetzt wird mir der Kill geklaut. Oh, nein. Das ist zu viel, Leute. Was macht man, wenn es zu viel wird? Ganz genau. Wir bauen erst mal ein Haus. Oh, oder auch nicht. Aber wir geben natürlich hier nicht auf. So. Und bauen, Leute. Bauen, 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 bauen. Okay, let's go. Ey, ey, wie baue ich denn hier eine Treppe? Ach, komm schon. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Aha, so perfekt, Leute. Ich baue hier einfach meinen Palast auf. So, Leute. Ihr seht es. Oh, mein Gott. Wie schnell bin ich hier, bitte? Also, wirklich. Guckt euch das mal an, Leute. Fortnite Profi in Roblox. So, genug gebaut von hier oben. Können wir auf jeden Fall alle Spieler abschießen. Ey, kommt her. Oh. Ey, die ist in meiner Base. Ey, weg von der Base. Nein, Leute. Wie noch eine Kasse schon wieder? Nimm das. Aha. Oh, oh. Oh, toll. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir kaufen uns jetzt mit Robux 210.000 Münzen. So, Leute. Dafür könnt ihr gerne mal einen dicken Daumen nach oben da lassen. Und wir kaufen uns jetzt eine richtig krasse Waffe. Und zwar, wie wäre es mit einer? Oh. Oh, ja. Ich glaube, wir nehmen einfach mal dieses Sniper hier, oder? Ja, ja. Okay, wir kaufen das. So. Mal gucken, Leute. Ist die Sniper hier gut, oder nicht? Wir landen einfach mal hier direkt auf unserer Base. So, perfekt. Und jetzt testen wir die Sniper aus. Oha. Das sieht auf jeden Fall gefährlich aus, Leute. Ich gehe mal hier hin und... Oh, mein Gebäude fällt um. Ah. Auf meinen Kopf, oder was? Oh, gibt das? Oh, mein Gott. Ey, die schießen ja alle nur auf mich. Oha, ich habe die getötet. Hä, wie krass war der Kill? Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden macht die Sniper. Oh, ja. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich fliege mal hier hinten irgendwo hin. So, da, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Hier baue ich noch mal hier so eine kleine Treppe hin. Perfekt. So, hier ist meine Base. Wir öffnen mal diese Lootbox. Was kriegen wir? Oha, Bubux. Und jetzt Sniper hier von hier hinten. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nee, ich treffe noch nicht. Ach, Mist. Den aber. Ja, wir haben ihn. Ey, Leute. Guckt euch das mal an. Da hinten geht voll die Action ab. Oh, schafft mir es ihn vom Baum zu snipen. Ja, komm schon. Oh, ja. Wir haben ihn. Okay, Leute. Wir brauchen also zwei Schüsse, um jemanden zu killen. Oh, komm schon. Diese lilane Katze, die läuft da die ganze Zeit so schnell rum, ey. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich kann einfach die snipen, Leute. Oder doch? Warte mal. Die sieht mich gar nicht. Hallo? Nein, guck mal nach hinten. Hallo. Naja, Leute. Wir sind immer noch auf dem zweiten Platz. Und die Runde geht noch fünf Minuten. Aber der erste Platz hat nur einen Kill mehr als ich. Also, Leute. Ich müsste mir auf jeden Fall easy peasy den ersten Platz holen. Komm schon. Ich treffe aber niemanden. Was ist das hier? Komm schon. Nee, Leute. Das wird nix. Ich glaube, ich muss rein in die Masse hier. Zack. Oh, jetzt treffe ich, glaube ich, besser. Oh, da ist die Katze. Oh. Komm her, Katze. Yeah. Und nochmal. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Komm schon, Leute. Noch etwas über drei Minuten. Wir müssen uns auf jeden Fall den ersten Platz holen hier. So. Ich benutze jetzt einfach mal die andere Waffe wieder. So. Komm her. Komm her. Okay, den ersten haben wir. Der erste Platz hat immer noch einen Kill mehr als ich. Oh, hier ist der. Hallo. Ich bin Fabio. Fabio, komm her. So. Perfekt. Den haben wir. Das wieder Eileen. Eileen, ich schnapp mir dich jetzt. Komm schon. Oh, 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 oh. Oh, oh. Nicht gut. Oh. Nein. Eileen hat mich. Oh mein Gott. Wir haben da unten so wenig Leben. Wir kaufen uns jetzt einfach mal hier sowas. Hä, warum kann ich mir das nicht kaufen? Ah, mir fehlt noch. Oh mein Gott. Mir fehlen noch ganz, ganz wenig Coins. So. Also, Leute. Wir brauchen noch einen Kill. Und dann können wir unsere neue Waffe kaufen. Yeah. Und wir haben auch schon den ersten Platz geholt. So. Jetzt kaufe ich mir einfach mal diese Waffe hier. Zack. Und jetzt haben wir einfach eine Shotgun. Und. Nein. Oh, jetzt muss ich nur noch treffen, Leute. Oh, komm schon. Yeah. Okay, den ersten haben wir mit der Shotgun. Die schießen wieder alle nur auf mich. Nee, Leute. So geht das nicht. So, wir werden wenig Leben. Oh, keine Ahnung. Ich schieße einfach mal hier rein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Alle schießen auf mich, habe ich das Gefühl. Okay, den einen haben wir. Oh, den ich jetzt auch noch. Komm schon. Ey, die Shotgun ist, glaube ich, echt OP. Komm schon. Oh, nein. Ich muss aber hier sagen, die Leute sind ziemlich, ziemlich gut in dem Spiel. Auch du, Aileen, aber du bist jetzt tot. Da vorne ist der Nächste. Oh, oh. Uh. Hey, Manu. Guck euch den mal an. Der will hier einfach hinterher springen oder was? Na, dann komm doch. So. Oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihm zwei Hits in der Luft gegeben. Komm schon. Du gehörst mir. Yeah, Fabio. Was ist los, eh? Tanz den Sassi. Tanz. Oh, oh, oh. So, noch 44 Sekunden und der zweite Platz hat ein Kill weniger als ich. Jawohl. Oh mein Gott. Ich klaue mir jetzt einfach mal hier alle Kills, Leute. Das war es jetzt mit euch. Komm schon. Fiona. Du gehörst mir, Fiona. Und. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Der Kill wurde mir geklaut. Oh mein Gott. Fabio, du warst das, ne? So, erstmal diesen Roboter. So, weg mit dir. Und ich bin tot. Aber Leute, ich habe den ersten Platz. 3, 2, 1 und wir haben, wir haben gewonnen. Wir haben jetzt einfach 10.000 Coins dafür bekommen. Und Leute, noch eine Runde. Ne, ne, ne. Noch eine Runde schaffe ich nicht. Aber obwohl, Moment mal. Ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Wir kaufen einfach mal für 400 Bubus eine Nuke. Und lassen die einfach mal alle sterben. Oh mein Gott. Das will ich jetzt sehen. Wo ist die Nuke? Wo ist die Nuke? Ah, zwei Sekunden. Oh mein Gott. Es geht los. Es geht los. Wo ist die Nuke? Wow. Das war's mit euch allen. Oh mein Gott. Ich habe einfach den ganzen Server gekillt. Yeah, Leute. Damit habe ich zweimal gewonnen, oder? So, wir nehmen jetzt die Bow Bugs mit. Und ja, das war's, würde ich sagen. Kommen wir aber erstmal zur Bewertung vom Spiel. Leute, es ist auf jeden Fall hier Fortnite in Roblox. Es ist aber nicht 1 zu 1 das richtige Fortnite. Also das ist hier eine ganz, ganz andere Map. Man hätte vielleicht noch die gleiche Fortnite-Map hier hin machen können. Das wäre echt cool. Oder wenigstens so eine bisschen ähnliche Map, das man hier doch bauen kann. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ansonsten, Leute, macht das Spiel ziemlich viel Spaß. Man ist einfach hier auf irgendeiner Map und schießt sich gegenseitig ab. Also ja, was soll ich dem Spiel geben, Leute? Das Spiel macht Spaß. Hätte vielleicht ein bisschen cooler sein können. Deswegen bekommt das von mir nur 8 von 10 Punkte. Wie bewertet ihr aber dieses Spiel? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und falls ihr beim nächsten Mal mitspielen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Kommt auf jeden Fall auf den Discord-Server. Leute, ihr wisst, wie er auf den Discord-Server kommt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei coolen Videos abchecken. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!